Hallo Leute, willkommen zurück zu Happy Wheels. Wir fangen mit dem Level von Unchor Ho Ho an, mit dem Level German Let's Play, Ahoi! Sag mal, bist du ein Pirat? Äh, ja, hier ist mein Level für dich, bla bla bla, viel Spaß! Okay, wir nehmen die fette Frau, die hatten wir schon ein bisschen länger nicht mehr. Ahoi Manuel, das ist mein erstes Level, ich hoffe es gefällt dir und ja, have fun! Okay, oh nein! Oh, 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 da, 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 was? Warte, da steht was, da steht was! Zurück, 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 so! Trololololo, wen du es gerade wirklich spielst, dann grüß mal bitte Jackie das Meerschweinchen von mir, okay? Herz, Herz, Herz! Hab ich doch gerade eben, oder? Wenn nicht dann nochmal hier separat, hallo Meerschweinchen! Warum auch immer ich ein Meerschweinchen grüßen soll. Oh, komm Komm nach vorne, ja Komm Oh, die sollte vielleicht mal eine Runde abnehmen Bevor sie hier Die ganzen Level ausprobiert Wie kann man denn so etwas fettes ins Spiel reinlassen Ist das ekelhaft, dann nehme ich lieber den hier So Oh, okay Ja, ich denke auch mal, dass das dafür ausgelegt ist Weil hier im ET steht Dann, äh, also ich wüsste nicht, dass der ET-Trick Noch mit einem anderen Charakter geht Das fährt ja noch Nein, fuck Ja, toll Komm und bam Nochmal von vorne Der Tisch nervt aber auch übelst Warum gibt's den überhaupt Boah, fuck Nein, 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 oh Okay, meine Beine fehlen Und das einzige Womit ich mich jetzt gerade neu hier festhalte Ist Ein einziger Arm Boah, so mit so einem Speed Ist die Chance schon relativ hoch Dass man das Irgendwann mal schafft So, kleinen Moment Okay Okay, dann nehmen wir jetzt mal Okay, mit dem hier mit Sicherheit nicht Da hab ich gar keinen Bock drauf Besonders nicht bei so einem Level Nehmen wir einfach den Oh Rollstuhl, Mann So, okay Hui, ja Hui Oh, verdammt Los, Rollstuhl, Mann Du schaffst es Ey, vielleicht schafft er dir echt Los, Rollstuhl, Mann Alter Hahaha Wie geil Komm, nur noch ein bisschen nach vorne Ein bisschen nach vorne Nein Ach, verdammt Ey, wie episch Wär es bitte gewesen Wenn der dir jetzt echt Zustande gebracht hätte Das ganze Level Oh Zu schaffen Komm, komm, komm Ja, ja, ja Oh, nein Ich würde es nicht überfliegen Nein Oh, verdammt Verdammt Ganz langsam So Hier rein Keine Ahnung, was da oben gefragt wurde Aber anscheinend war das Die richtige Antwort Und So, Rollstuhl, Mann Zeig, was du kannst Ja, okay Aber da ist das Ziel Äh Ja Ja Auf jeden Fall nicht der Tollste Auch wieder so ein bisschen kurz Aber es ging Es ging Okay Äh Dann das Level von Eye the Path Jump, let's play Jump Kill dein Hater Hater H-Hater Mit Dem Irresponsible Dead Oh Gott Run GLP Was, 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 was Ich hab doch Oh Ich hab doch gar nicht gelesen Was da stand Run GLP und kill deine Okay Okay Und, 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 und Oh Gott Oh, verdammt Jetzt aber Nein, nein, nein Oh Wow Boah Da hab ich jetzt aber gut reagiert Ja, okay Dann bin ich tot Alter Oh, lass mich doch mal leben So, Moment Und hier Ja, 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 ja So hab ich ne Chance Nein Verdammt Ah Nein, nein, nein Oh Einfach ganz entspannt darüber Manuel Ganz, alter Oh Oh Verdammt Oh, 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 oh Wie soll ich... Ich werde ja die ganze Zeit penetriert, man. Und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Ich darf nicht mit dem Hinterrad aufkommen. Ich muss wirklich drüber schweben. Ja, klar. Drüber schweben. Nein, das war schon wieder Fail. Ja, klar. Bam. Ist aber schon minimal brutal veranlagt, oder? Das war doch jetzt ein passender Kommentar. Der das Ganze schön eingeleitet hat. Wow. Nein. Jetzt hätte ich fast doppelt drüber geklatscht, man. Wow. Holy shit. Ja. So, und jetzt. Ja, perfekt. Ja, ich bin tot. Ja. Was macht der denn da? Egal. Äh. Dann das Level von LukemanX. Obwohl, nee, lieber dummer Hund. Gemlet's Play check. Viel Spaß mit meiner Map. Da habe ich gerade immer auf meine Zunge gebissen. Und nein, GLP, diese Map hast du noch nicht gespielt. Danke für den Tipp. So. Okay. Hey, GLP. Hey, Leute. In dieses Level habe ich sehr viel Abwechslung gesteckt. Ich hoffe, ihr mögt es. Noch was. Der Looping fällt manchmal. Zum Checkpoint. Aufzug. Yay. Nein, mach nicht mein Fahrrad kaputt. TV Run. Bam. Okay, okay. Dann ist der Looping. Wie es scheint. Nein. Oh. Nein, 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 nein. Oh, verdammte Axt. Jetzt aber. Nein. Und, und, und. Oh. Holy shit. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt. Nein. 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 Einfach entspannen, Manuel. Einfach entspannen. Oh Gott. Nein. Nein. Okay. Okay. Meine Güte. Oh. Oh. Boah. Wow. Wow. Slow. Slow. Epic fail. Epic fail. Was für ein Epic fail. Nein. Nein. Oh. Scheiße, Mann. Aber das sind spannende Level, Leute. Da weiß man nie genau, was auf einen zukommt. Bei den meisten ist das immer so etappenweise. Jetzt, jetzt kommt, äh, TV, äh, Dingens. Dann kommt Jetwall. Dann kommt das. Sind wir acht Stunden vorher angekündigt? Ich meine, im Prinzip müsst ihr gar nichts ankündigen. Vielleicht nur, dass man langsam fahren muss oder so. Aber der Rest? Weiß ich nicht. Da. Das zum Beispiel ist nett. Ja. Super. Super. Aber jedes Mal, wenn ich so einen, äh, wenn ich so einen Ansatz sehe, wie eben, so so, 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 so eine Art Einbuchtung, könnte man sagen, wie so eine Art Trichter, da gehe ich davon aus, dass überall an der Seite Spikes sind und ich, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich genau in der Mitte durchfahren muss. Nice. Okay. Probieren wir mal den Checkpoint aus. Mal gucken. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Mein Bein und meine Hände. Okay. Bis wohin? Das sieht ja schon mal sehr interessant aus. Okay. Okay. Alter. Ah, okay, dann töte ich mich eben. Bam. Dann war ich da wohl noch nicht. Ich dachte, der wurde jetzt doch nicht angekündigt. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Wurde alles, oh, eingetragen, sodass man direkt sieht, okay, hier ist der Checkpoint. Und dann kann es eben nach links gehen, um weiterzuspielen. Boah. What the fuck? Nein. Oh, scheiße, Mann. Ich will jetzt aber wissen, was da ist. Das ist ein echt gutes Level eigentlich. So, TV-Run. Wow. Hier kannst du mal den Weg fahren. Erst mal Timmy loswerden. So. Wow. Dutch war knapp. Und, 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 wow. Slow, 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 slow. Boah, geh bloß weg. Ich weiß, dir geht's auf den Sack, aber, naja. Oh, stopp, geil. Ja, war klar, du sagst. Was? Ja, war klar, du sagst, bei Weiß fehlt das S. Danke, du Lhera. Hab ich doch gar nicht. Oh. Oh. Jetzt aber. Bam. Oh nein, oh nein, oh nein. Der Helm hätte mich jetzt fast... Oh, getötet. Checkpoint. Ah. Soll ich da hochkommen? Hä? Stellt dir sich dat denn bitte vor? Lol. Nicht wirklich, oder? Dat ist doch nicht dein Ernst. Oder doch? Moment. Dat probier ich jetzt mal aus. Und... Verdammt. Hä? Das hat Ehren. Okay. Gehen wir nochmal zurück. Fahren wir hier lang? Nein. Hä? What the hell? Was? Das war schon ein Fail. Wow. So, jetzt den ganzen weiten Weg nach vorne. Ich meine, es war auch noch nervig. Aber bei weitem einfacher, als eben oben das Ganze nochmal neu zu machen. Wäre cool, wenn es Teleporter geben würde. Ah, okay. Dann war da vorhin ein Fehler. In der Matrix. Oder keine Ahnung wo. Ma. Alter, jetzt lass mich doch... Oh, verdammt. Nochmal. Wahrscheinlich ist mein Helm oder so dagegen geklatscht. Und somit... Boah, konnte ich dann... Nein, 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 nein. Ja, ja, genau. Nein, fuck. Ach, komm. Ach, komm. Jetzt aber. Ey. Der will mich doch penetrieren, Mann. Jetzt aber. Komm. Nein, 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 nein. Ey, du verdammter. Du verd... Okay. Nochmal von vorne. Einen Versuch gebe ich ihm noch. Das war jetzt echt eklig. Boah. Okay. Okay. Erstmal meine Hände gebrochen. So muss das sein, Leute. Nice. Und, und. Ich habe das Gefühl, ich fahre langsamer wegen dem Bein. Ja, auf jeden Fall. Und der Checkpoint ist auf jeden Fall nicht... Nicht toll gesetzt. Also das, äh... Müsstest du nochmal irgendwie überarbeiten. Hä? Und dann, 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 dann. Ja, 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 ja. Geht doch. Gut. Was jetzt? Oh, da ist schon das Ziel. Oh. Ja, aber war ein gutes Level. Auf jeden Fall. War ein sehr gutes Level. Von, äh, dummer Hund. Schöner Name. Okay, Leute. Wenn ihr mehr sehen wollt, besucht den Kanal. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Schuhus. Uah.